Hans Fallada Kleiner Mann, was nun? Dieser kalte, windige, leere Stadtpark, diese Beete wie verwüstet, diese Pfützen und ein Sturm, nicht mal ne Zigarette kriegt man an. Na, das ist nur gut, mit dem Zigarettenrauchen wird es nun auch bald vorbei sein. So ein Trottel! Kein Mensch braucht sechs Wochen nach der Heirat das Rauchen aufzugeben, nur er. Da also dieser Wind. Wenn man an den Rand des Stadtparks kommt, wo die Felder anfangen, springt er einen richtig an. Er rüttelt an einem, der Mantel schlägt, den Hut muss man festtreiben mit einem Schlag. Es sind richtige Herbstfelder, nass, triefend, unordentlich, trostlos. Zu Hause. Es geht eine dämliche Redensart hier in der Gegend. Ist nur gut, dass die Häuser hohl sind, dass Menschen drin wohnen können. Also das grüne Ende. Und wenn es mit dem grünen Ende zu Ende ist, kommt etwas anderes, billigeres. Jedenfalls vier Wände, ein Dach über dem Kopf. Wärme. Eine Frau. Jawohl, eine Frau. Es ist herrlich, in einem Bett zu liegen und jemand schnauft neben einem in die Nacht. Es ist herrlich, die Zeitung zu lesen und jemand sitzt in der Sofaecke und näht und stopft. Es ist herrlich, man kommt nach Haus und jemand sagt, Guten Tag, Jungchen, wie war es heute? Ging's? Es ist herrlich, wenn man jemand hat, für den man arbeiten und sorgen kann. Nun ja, meinetalben auch sorgen und arbeitslos sein. Es ist herrlich, wenn man jemanden hat, der sich von einem trösten lässt. Plötzlich muss Pinneberg lachen. Also dieser Lachs, dieses Lachsviertel, das arme Lämmchen, wie unglücklich sie war. Trösten, das ist es. Eines Abends, sie wollten gerade essen, erklärt Lämmchen, sie kann nicht essen. Alles widersteht ihr. Aber sie hat heute im Delikatessengeschäft einen Räucherlachs gesehen, so saftig und rosarot, wenn sie den hätte. Warum hast du ihn denn nicht mitgebracht? Aber was denkst du, was der kostet? Nun, sie reden hin und her. Es ist natürlich Unvernunft viel zu teuer für sie. Aber wenn Lämmchen doch nichts anderes essen kann? Sofort, das Abendessen wird eben um eine halbe Stunde aufgeschoben, sofort geht der Junge in die Stadt. Aber kein Gedanke. Lämmchen geht selbst, was er denkt. Das Laufen ist ihr sehr gesund. Und dann glaubt er, sie soll hier sitzen, in Bange erkauft von einem falschen Lachs. Sie muss ihn sehen, wie die Verkäuferin von ihm absäbelt. Scheibe für Scheibe. Also unbedingt geht sie. Nun gut, gehst du. Und wie viel? Ein Achte. Nein, bring schon ein Viertel. Wenn wir doch einmal so üppig sind. Er sieht sie losmarschieren, sie hat einen schönen, langen, strammen Schritt und überhaupt sieht sie in diesem blauen Kleid glänzend aus. Er schaut ihr nach, aus dem Fenster lehnend, bis sie verschwunden ist. Und dann wandert er auf und ab. Er rechnet, wenn er sich fünfzigmal durch das Zimmer hindurch gewunden hat, wird sie wieder in Sicht sein. Er läuft ans Fenster. Richtig, eben geht Lämmchen ins Haus. Sie hat nicht hochgesehen. Also nur noch zwei oder drei Minuten. Er steht und wartet. Einmal ist ihm so, als sei die Flurtür gegangen. Aber Lämmchen kommt nicht. Was in aller Welt ist los? Er hat sie ins Haus kommen sehen. Und nun kommt sie nicht. Er macht die Tür zum Vorplatz auf. Und direkt im Türrahmen steht Lämmchen. An die Wand gedrückt, mit einem tränenüberströmten, ängstlichen Gesicht. Und sie hält ihm ein fettglänzendes Pergamentpapier hin, das leer ist. Aber, mein Gott, Lämmchen, was ist denn los? Hast du den Lachs aus dem Papier verloren? Aufgegessen, schluchzt sie. Alles allein aufgegessen. Du hast ihn so aus dem Papier gegessen? Ohne Brot? Das ganze Viertel? Aber Lämmchen. Aufgegessen, schluchzt sie. Alles alleine aufgegessen. Aber nun komm nur her, Lämmchen. Erzähle doch. Komm rein. Deshalb brauchst du doch nicht zu weinen. Erzähl mal der Reihe nach. Ach, also, du hast den Lachs gekauft? Ja. Und ich hatte solche Gier darauf. Ich konnte es gar nicht mit ansehen, wie sie abschnitt und abwog. Und kaum war ich draußen, da ging ich in den nächsten Torweg und nahm schnell eine Scheibe. Und weg war sie. Und weiter? Ja, Junken, schluchzt sie, das habe ich den ganzen Weg gemacht. Immer wenn ein Torweg kam, habe ich mich nicht halten können und bin rein. Und zuerst habe ich dich auch nicht beschubsen wollen. Ich habe genau geteilt, halb und halb. Aber dann habe ich gedacht, auf eine Scheibe kommt es ihm auch nicht an. Und dann habe ich immer weiter von deinem gegessen. Aber ein Stück, das habe ich dir gelassen. Das habe ich mit raufgebracht. Bis hier auf den Vorplatz. Bis hier vor die Tür. Und dann hast du es doch gegessen. Ja, dann habe ich es doch gegessen. Und es ist so schlecht von mir. Nun hast du gar keinen Lachs, Jungchen. Aber es ist nicht Schlechtigkeit von mir, schluchzt sie neu. Es ist mein Zustand. Ich bin nie gierig gewesen. Und ich bin auch schrecklich traurig, wenn der Murkel nun auch so gierig wird. Und soll ich nun noch mal schnell in die Stadt laufen und dir noch Lachs holen? Ich bringe ihn. Wahr und wahrhaftig, ich bringe ihn her. Er wiegt sie in seinen Armen. Ach, du großes, kleines Ding. Du kleines, großes Mädchen. Wenn es nichts Schlimmeres ist. Und er tröstet sie und begülscht sie und wischt ihr die Tränen ab. Und langsam kommen sie ins Küssen. Und es wird Abend und es wird Nacht. Pinneberg ist längst nicht mehr in dem windigen Stadtpark. Pinneberg geht durch die Straßen Ducheros. Er hat ein festes Ziel. Er hat es unterlassen, in die Feldstraße einzubiegen. Er ist auch nicht zum Büro von Kleinholz gegangen. Pinneberg marschiert. Pinneberg hat einen großen Entschluss gefasst. Pinneberg hat entdeckt, dass sein Stolz albern ist. Pinneberg weiß jetzt, alles ist gleichgültig, aber Lämmchen darf es nicht schlecht gehen und der Murkel muss glücklich sein. Das kommt auf Pinneberg an. Pinneberg ist so wichtig nicht. Pinneberg kann sich ruhig mal demütigen, wenn seine beiden es nur gut kriegen. Geradewegs marschiert Pinneberg in Bergmanns Laden, geradewegs in das kleine, dunkle Vogelbauer, das einfach vom Laden abgeschlagen ist. Und wirklich sitzt der Chef da und zieht einen Brief auf der Kopierpresse ab. Das macht man noch bei Bergmann. Na nun, Pinneberg, sagt Bergmann, ist Leben noch frisch? Herr Bergmann, sagt Pinneberg atemlos, ich bin ein Riesenkamel gewesen, dass ich von Ihnen fort bin. Ich bitte um Entschuldigung, Herr Bergmann, ich will auch gerne immer die Post holen. Halten Sie ein, ruft Herr Bergmann. Reden Sie keinen Stuss, Herr Pinneberg. Was Sie gesagt haben, habe ich nicht gehört, Herr Pinneberg. Sie haben nicht nötig, mich um Verzeihung zu bitten. Ich stelle Sie doch nicht wieder ein. Herr Bergmann, reden Sie nicht, betteln Sie nicht. Nachher schämen Sie sich nur, dass Sie gebettelt haben und es ist umsonst gewesen. Ich stelle Sie nicht wieder ein. Herr Bergmann, Sie haben damals gesagt, Sie wollten mich einen Monat zappeln lassen, bis Sie mich wieder einstellen. Das habe ich gesagt, Herr Pinneberg, recht haben Sie. Und leid tut mir das, dass ich Ihnen so was gesagt habe. Ich habe es im Zorn gesagt, weil Sie so ein ordentlicher Mensch sind, ein gefälliger Mensch, bis auf die Post, und gehen zu solchem Saufaus- und Schürzenjäger. Aus Zorn habe ich es gesagt. Herr Bergmann, fängt Pinneberg wieder an, ich bin jetzt verheiratet. Wir kriegen ein Kind. Kleinholz hat mir gekündigt. Was soll ich machen? Sie wissen, wie es hier ist in Ducherow. Arbeit gibt's nicht. Stellen Sie mich wieder ein. Sie wissen, ich verdiene mein Geld. Ich weiß, ich weiß. Er wiegt den Kopf. Stellen Sie mich wieder ein, Herr Bergmann. Bitte. Der kleine, hässliche Jude, mit dem der Herrgott bei seiner Erschaffung nicht sehr gnädig verfahren ist, wiegt mit dem Kopf. Ich stelle Sie nicht ein, Herr Pinneberg. Und warum? Weil ich Sie nicht einstellen kann. Oh, Herr Bergmann, Ehe ist keine leichte Sache, Herr Pinneberg. Sie haben früh angefangen damit. Haben Sie eine gute Frau? Herr Bergmann, ich seh's, ich seh's. Möge Sie auch gut sein auf die Dauer. Hören Sie, Pinneberg, was ich Ihnen sage, ist die reine Wahrheit. Ich möcht Sie einstellen, aber ich kann nicht. Die Frau will nicht. Sie hat sich empört über Sie, weil Sie ihr gesagt haben, Sie haben mir nichts zu sagen. Sie verzeiht es Ihnen nicht. Ich darf Sie nicht wieder einstellen. Es tut mir leid, Herr Pinneberg. Es geht nicht. Pause. Lange Pause. Der kleine Bergmann dreht an der Kopierpresse, holt seinen Brief heraus und sieht ihn an. Ja, Herr Pinneberg, sagt er langsam. Wenn ich zu Ihrer Frau ginge, flüstert Pinneberg, ich würde hingehen zu ihr, Herr Bergmann. Hat es einen Zweck? Nein, es hat keinen Zweck. Wissen Sie, Pinneberg, meine Frau wird Sie bitten lassen, immer wieder, wird Sie wieder herbestellen. Sie will sich's überlegen, aber nehmen wird sie sie doch nicht. Ich müsste es Ihnen dann sagen zum Schluss, dass es doch nichts ist. Frauen sind's so, Herr Pinneberg. Na, Sie sind jung, da wissen Sie noch nichts von. Wie lange sind Sie verheiratet? Gut vier Wochen. Gut vier Wochen? Rechnet noch nach Wochen. Nun, Sie werden ein guter Ehemann sein, man sieht das. Sie brauchen sich darum nicht zu schämen, wenn man einen anderen um was bittet. Das tut nichts. Wenn man nur freundlich ist zueinander. Seien Sie immer freundlich zu Ihrer Frau. Denken Sie immer, es ist nur eine Frau, sie hat den Verstand nicht so. Tut mir leid, Herr Pinneberg. Pinneberg geht langsam fort. Ein Brief kommt, und Lämmchen läuft in der Schürze durch die Stadt, um bei Kleinholz zu heulen. Es ist der 26. September geworden, ein Freitag, und an diesem Freitag ist Pinneberg wie jetzt noch üblich auf dem Büro. Lämmchen aber macht sauber, und als sie da nun so rumbastelt, klopft es an die Tür, und sie sagt, herein, und der Postbote kommt und sagt, wohnt hier Frau Pinneberg? Das bin ich. Hier ist ein Brief für Sie. Müsste ein Schild draußen an der Tür sein. Ich kann das nicht riechen. Und damit entschwindet dieser Jünger Stefans. Lämmchen aber steht da, mit ihrem Brief in der Hand, einem großen Briefumschlag, lilafarben, mit einer großen krakeligen Hand. Es ist der erste Brief, den Lämmchen in ihre Ehe bekommt. Mit den Platzern schreibt sie sich nicht. Dieser Brief kommt auch nicht aus Platz. Dieser Brief kommt aus Berlin. Und als Lämmchen ihn umdreht, steht sogar ein Absender darauf. Genauer, eine Absenderin. Mia Pinneberg, Berlin-Nordwest, 40, Spenerstraße, 92, 2. Stock. Die Mutter vom Jungen, Mia, nicht Marie, denkt Lämmchen. Sehr beeilt hat sie sich eigentlich nicht. Den Brief aber macht sie nicht auf. Sie legt ihn auf den Tisch, und während sie weiter reinmacht, sieht sie manchmal zu ihm hin. Da liegt er und bleibt liegen, bis der Junge kommt. Mit dem wird sie ihn gemeinsam lesen, das ist das Beste. Aber plötzlich tut Lämmchen das Staubtuch fort. Sie hat eine Vorahnung. Es ist eine große Stunde. Sie ist dessen gewiß. Sie läuft ganz schnell in die Küche der Scharrenhöfer und wäscht sich unter der Leitung die Hände ab. Die Scharrenhöfer sagt irgendetwas zu ihr, und Lämmchen sagt mechanisch, ja, hat aber nichts gehört. Sie ist schon vor dem Spiegel, richtet sich das Haar, ob sie auch ein bisschen nett aussieht. Und dann setzt sie sich in den Sofa-Winkel mit dem verbotenen energischen Rucks, die Feder macht Haar-Jupp, und nimmt den Brief und macht ihn auf. Und liest ihn. Sie begreift etwas langsam. Sie liest ihn zum zweiten Mal. Aber dann ist sie auch auf den Beinen. Sie zittert ein bisschen, macht nichts. Bis Kleinholz kommt sie doch. Sie muss gleich mit dem Jungen sprechen. Oh Gott, sie darf sich nicht zu sehr freuen. Das schadet dem Murkel. Allen heftigen Gemütsbewegungen ist unbedingt aus dem Wege zu gehen, verordnen die Wunder der Mutterschaft. Oh Gott, wie kann ich dem aus dem Wege gehen? Will ich dem denn aus dem Wege? Auf dem Büro bei Kleinholz ist eine gewissermaßen düsige Stimmung. Die drei Buchhalter sitzen herum, und Emil sitzt auch herum. Es ist heute nichts Rechtes zu tun. Aber während die Buchhalter so tun müssen, als täten sie etwas, und zwar mit fieberhaftem Eifer, sitzt Emil nur so rum und erwägt, ob Emilie wohl noch mal einen sausen lässt. Zweimal ist es heute früh schon geglückt. Und in diesem gelangweilten Büro fliegt plötzlich die Tür auf, und eine junge Frau stürzt herein mit wehenden Haaren, blitzenden Augen, die Backen angenehm gerötet, aber, aber mit einer richtigen Haushaltsschürze um und ruft, Jungchen, komm mal gleich raus, ich muss dich sofort sprechen. Und als die vier etwas sehr erstaunt und blöde blicken, sagt sie plötzlich gefasst, Entschuldigen Sie, Herr Kleinholz, mein Name ist Pinneberg, ich muss meinen Mann mal dringend sprechen. Und plötzlich schluchzt diese gefasste junge Frau auf und bittet, Jungchen, Jungchen, komm ganz schnell, ich... Emil brummt etwas, der doofe Lauterbach quietscht. Schulz grinst frech, und Pinneberg geniert sich wahnsinnig. Er macht eine hilflos entschuldigende Handbewegung, während er zur Tür geht. Im Torweg vor dem Büro, dem breiten Torweg, durch den die Lastautos mit ihren Getreide- und Kartoffelsäcken fahren, fällt Lämmchen noch immer schluchzend ihrem Mann um den Hals. Junge, Junge, ich bin so irrsinnig glücklich. Wir haben ne Stellung. Da, lies! Und sie steckt ihm den lilafarbenen Brief in die Hand. Der Junge ist ganz verdattert, er weiß gar nicht, was los ist. Dann liest er, Liebe Schwiegertochter, genannt Lämmchen, der Junge ist natürlich immer noch genauso töricht, und du wirst deine liebe Last mit ihm haben. Was für ein Unsinn, dass er, den ich so gut habe ausbilden lassen, in Düngemitteln arbeitet. Er soll sofort hierher kommen und am 1. Oktober eine Stellung im Warenhaus von Mandel antreten, die ich ihm besorgt habe. Für den Anfang wohnt ihr bei mir. Gruß, eure Mama. Nachschrift? Ich wollte euch das schon vor vier Wochen schreiben, aber ich bin nicht dazu gekommen. Nun müsst ihr telegrafieren, wann ihr kommt. Oh, Jungchen, Jungchen, was bin ich glücklich. Ja, mein Mädchen, ja, meine Süße, ich ja auch. Ach, trotzdem, Mama, mit ihrer Ausbildung. Naja, ich will jetzt nichts sagen. Geh gleich hin und telegrafiere. Es dauert aber noch einen Augenblick, bis sie sich trennen können. Dann tritt Pinneberg wieder ins Büro, er setzt sich steif, schweigend und geschwollen. Was Neues vom Arbeitsmarkt? Fragt Lauterbach. Und Pinneberg sagt gleichgültig. Habe Stellung als erster Verkäufer im Warenhaus von Mandel, Berlin. 350 Mark Gehalt. Mandel? Fragt Lauterbach. Natürlich Juden. Mandel? Fragt Emil Kleinholz. Passen Sie mal auf, dass das auch eine anständige Firma ist. Ich an Ihrer Stelle würde mich erst mal erkundigen. Ich hatte auch mal eine, sagt Schulz nachdenklich, die heulte immer gleich, wenn sie ein bisschen aufgeregt war. Ist deine Frau immer so hysterisch, Pinneberg? Ich hatte auch mal eine, sagt Schulz nachdenkliche.